im Aureln ok ihr seid und herzlich willkommen wieder hoch wir haben gerade ihre alle ihre sachen verloren geht's los geht's los geht's los ja was du sonst nein ich hab gar nicht aufgepasst ja Pech mir doch immer Scheißmodus aktiviert ich scheiße jetzt auf unser Dach Idiotis Idiotismus heute mal wieder Richtig hoch Egal, ich mach mir jetzt erst mal eine fröhliche Musik-Playlist an. Die heißt sogar fröhliche Musik-Playlist. Ummm... Ja. Eine ist das Rap. Scheiß drauf. Aber kein Getup-Rap. Bom. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Wee, 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 wee. Ah, Adrian, hast du vielleicht noch zwei, ähm, wie heißt denn die hier nochmal? Ja, hab ich. Carbon-Platten? Was? Carbon-Platten? Ich hab ein bisschen Cool-Dust da reingetan in unser Ding. So, das hab ich. Das brauch ich. Hol dir ein bisschen Cool-Dust raus. Und hier ist noch ein Raw-Carbon-Flash und 32-Platten. Kann ich noch... Kann ich ein Circuit haben? Ne, zwei. Ne, einen hab ich. Einen haben wir. Als ob jemand ein Circuit dabei hat. Ja. Bau doch Auto-Crafting-Piles. Ja, aber ich hab jetzt keine Lust. Das ist voll so schwer. Das ist überhaupt nicht schwer. Ja, dann mach du das. Ja, dann gib mir die Ressourcen dazu. Ich hab alles wieder hergestellt, was ich verloren hab. Liegen im Lager. Wir haben kein Iron, wir haben kein Iron, wir haben nichts. Und so kann sein, dass ich noch ein bisschen dabei hatte, weil ich eben was gecrafted hab. Hast du noch Iron? Ja. Ich tu mal alles, was ich dabei hab, hier in die Kiste, wo man was rausnehmen kann. Okay, danke. Reicht das? Für irgendwelche Sachen? Das reicht maßig. Pack die bitte in die Lagersystemkiste. Oh, schau, da steht das brauche ich. Sonst pack die mal die linke Kiste in die Input, damit alles reingesaut wird, weißt du? Jo, weiß ich. Lot. Ah, das ist alles zu. Das ist alles zu. Das ist alles zu. Das ist alles zu. So, was will ich jetzt craften? Ich brauche Eisen. Du kannst, wenn du nichts, äh, ähm, craften hast, sag dir Bescheid. Ich hab Auftrag, sonst, zur Not. Ah, wahrscheinlich hast du was zu tun. Ich? Ich hab immer was zu tun. Oh, ich hab jetzt so was geiles bauen. Ah, dann schreib was. Ja, ich weiß. Ah, die chatet mit ein Mädchen. Oh, lol. Kaplan ist Mädchen. Er ist schwul, er redet mit Mädchen. Er ist schwul, er redet mit Mädchen. Ich hab was Neues herausgefunden, Kaplan ist ein Mädchen. Kaplan? Oh, ist Kaplan. Ganz schön. Achso. Kaplan. Aua. Code de Syr. Code de Syr. Code de Syr. Oh, komm, jetzt, boah, boah, komm jetzt. Oh. Oh. Oh, was? Nein. Hast du wieder deine Tage? Nein, hatte ich gestern. Äh? Shave de world. Bin ich's blöd? Nein, doch. Oh, hier ist ein Hüt in unserem Haus. Wie süß. Die Syp, komm schon, komm schon. Die Syp. Die Syp. Und ich hab zwei Advanced Electronic Syrkuts. Ich hab mich aufgepasst. Das ist mir so egal. Okay. Und ich fick dich in den Arsch. Psst. 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 Man, hört auf sich die Tür aufzulassen. Adi, warum kommt aus dem Arsch Blut? Ich glaub das nicht gut. Warte, ist Adi denn ein Weib? Ja, nein! Scheiße! Scheiße, er ist schwul, glaube ich. Adi, es ist normal, schwul zu sein, wenn du ein Mädchen bist. Und ich habe fast einen Mars-Fall-Blocker. Ja, ich habe fast wieder einen MFE. Oh, ich habe einen MFE. Ja, ich habe es angeschreibt, du werden. Ich hasse es, du zu sein. Junge, wir schreiben jeden Tag 3000 Weiber an. Sie wollen meine Kräger, aber ich gebe ihnen nur einen Block. Oh, Freestyle-Gem am Start. Super sinnlos, Gem am Start. Ups, ich habe zwei Carbon-Platten genommen. Ich habe sie wieder reingetan. Ups, ich recycle meine Schwerter. Echt jetzt? Wozu, weiß ich nicht, ist mir egal. Wir haben einen Huhn im Haus. Ja, ich weiß. Und die machen immer die Türen offen. Und die wissen, dass mich das immer aufregt. Sorry. Ein Abonnent hat meinen Privat-Account gefunden. Aber jetzt habe ich, das lag an meinem Twitter-Namen. Deswegen habe ich meinen Twitter-Namen geändert. Und wenn ihr auf meinen Kanal geht, könnt ihr auf die Kanalbeschreibung, dann könnt ihr mir auf Twitter folgen. Danke. Ich twittere jeden Tag was. Das ist uns auch so egal. Ähm, werdet ihr automatisch benachrichtigt. Hm. Nam, nam? Weil ich habe meinen Twitter-Account mit meinem YouTube-Account verbunden. Wow, wer das nicht weiß. So. Ähm. Was soll ich machen? Und ich habe einen Mass-Replicator. Du, 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 du. Scherz. Fast. Mir fehlt noch die. Okay, dann brauche ich noch... Pipe. Pipe. Böööööööööö. Was? Wo hat der... Hä? Ach komm, das ist doch... Du bist so lustig, Eduard. Eduard wird schocken. Weil es nicht jetzt fast gelacht. Das soll auch nicht zum Lachen sein, das nervt. Jetzt gibt das wieder Lust, wo ich gegenseitig einfach nur rauskicke. Ihr seid so unnötig. Hey, wenigstens mache ich keine Werbung. Ja, okay, ich hoffe. Versprochen. Nicht. Letztes Mal hat er Werbung über Fanta gemacht. Ach komm, lass die Scheiße jetzt. Ihr seid so aus welchen Deppen. Wehe, du wirst mich jetzt raus. Wenn nicht jemand rauswirft, dann falle ich, wenn ich join in die Lava. Ja, ich wollte dich gerade rauswerfen. Ich flieg gerade zur Netafestung, ne? Ich bin überall im Lava. Ich will raus, ich will raus. Warte, ich behalte mich. Wehe. Diamond brauche ich. Ja, danke. Oh, ich hasche nicht so. Oh mein Gott. Warte, ich hab nicht mal den Kickgrund gesehen. Was war der Grund? Firespanks 12. Was? Er hat meinen Namen geschrieben. Ich hab mich wieder vertauscht. So, jetzt mach ich das aber richtig. Jetzt hört auf damit. Ich hab den Kickgrund nicht gesehen. Ach komm, ihr seid langbar. Warte auf Stream, fick dich. Mann. Ich hab dich gekickt, Grund war Firespanks 12. Naja, wenn die Aufnahme irgendwann, wenn die Aufnahme kaputt ist, munter ich mich nämlich. Okay. Die ist kaputt. Ich hab MTSS gefunden. Verbricht sie in der Mitte? Kein Mann. End auf Stream. Ich streame doch gar nicht. Ich kann mir übrigens auch auf Twitch auch folgen. Ich streame ab und zu. Werbung. Und ihr bekommt auch eine E-Mail, wenn ihr mir folgt. Aber leider kam ich nicht mehr auf den Server. Hört doch auch mit der Werbung. Nein, Werbung ist geil, dafür kriegt man... Keine Ahnung. Nein, auf Twitch kriegt man kein Geld, wenn man Partner ist. Aber das ist total egal. Ja, du trümmerst dich überhaupt nicht ums Geld. Ich möge ich nicht. Nein, du bist nicht extrem Geldsüchtig. Nein, Eduard ist Geldsüchtig. Ich nicht. Ja, ich will. Ja, weil, ich weiß, wir mögen beide Geld. Du machst auch Geld. Ich bin an der gestiegen Geld. Danke, dass du mal Wunden aufmachst. Ja? Ich weiß, dass ich Geld gerne zum Fenster rauswerfe. Merk ich auch. Bis auf jeder Ahnung hat. Schneller, 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 schneller. Gewonnen. Ich bin blau. Dein Arsch ist geweihtet. Äh... Ich weiß ja nicht. Ey, Adi, wir sehen uns ja in einer Woche wieder. Oh nein, nicht ich. Ah, Berufsschule. Aha. Ah. Warte. Ey, Adi, noch zwei Jahre, dann machen wir Abitur, ne? Abitur. Wirklich? Ja. Wir haben noch die A8. Doch, wir haben die A8, du Spacken. Kann sein. Ein Jahr weniger. Ne, 12. Ich muss ja arbeiten. Ja, sag ich doch. Jolo. Alles ist gleich für mich. Egal, ich überspringe zwei Klassen wie immer. Hä? Ja, er hat cheated. Er hat das realized. Er hat das realized. Ich cheat in der Schule. Hier ist der Schule. Okay, das ist ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt... Ja! Ja! Okay, wie mach ich Pipe? Ach du Scheiße. Cactus Green? Rose Red, okay. Rose Red. Rosen! Nimm einfach einen Laubus und verwandel das so lange um, ca. 12 Mal, bis du das Richtige hast. Nein, Mann, das bin echt. Ich geh einfach... Also ich find sowas witzig. Oh mein Gott! Ich glaub ich werd verfolgt. Ja, ich glaub ich war kurz weg. Ihr könnt mir auch auf Facebook ein Like dalassen und in meine Mr. Mr. Gruppe eintreten. Wollte ich nur sagen. Ich glaub, mit dieser hat das sogar freiwillig gelieft. Ja. Aber am nächsten Mal an die ob ich dich. Mach ich die Wahl. Ich hör schon, dass Edward was schreibt. Egal. Wenn er mich bannt, kann ich mich über den Serverlog selber entbannen. Übrigens, ihr könnt mir auch im Instagram folgen. Das ist doch witz! Aber ich lade keine Real-Life-Bilder hoch, weil ich mir nicht zeigen kann, wer es so will. Oh, Mann, ernsthaft. Ja, okay. Also, ernsthaft. Warum hab ich mir nicht vorher eine Nano-Hose gemacht? Wie resistent ich jetzt gegen Monster bin. Das ist so... Äh. Wollte, der ist leer. Er macht über Nano-Sachen Werbung. Kick den. Warte mal. Bin ich noch irgendwo vertreten? Twitch, Facebook, Twitter, Instagram. Hör doch auf dem. Ah, ja. Ähm, wenn ihr mal Fragen über mich habt. Weil bei 100-Abo-Special kommt die FAQ. Aber ich hab auch AskFM, da könnt ihr mich fragen. Auch in meinem Kanal. Alles ist drinnen. Auf der Kanal-Beschreibung. Ähm. Ja, okay. Jetzt bin ich auf YouTube vertreten. So. Erst noch. Doch, ich hab noch einen eigenen Minecraft-Server. Mit vier Slots. Das ist normale Minecraft. Ähm, Vanilla. Und zwar Mromister.Nitrado.net. Äh, ich hab grad mein... Nein, nein, nein. Wir spielen ab und zu. Aber das nächste. Eine Frage. Können sich eigentlich Items teleportieren? Ich hab nämlich grad einen Mining-Drill, ähm, ins Netta-Portal geworfen. Lol. Und dann... Und mein Mining-Drill wurde teleportiert ins Server. Ja, wow. Blitzmerker. Lol. Und Leute, ich bahne dich nicht. Das ist mal für Werbung. Nein. Ich hab bezogen. Was ja alles gegen Werbung hat. Ja, ich hasse Werbung. Achja, ihr könnt mir übrigens nirgendwo folgen. Hä? Perfekt. Ja. Doch, sie können uns folgen. Und zwar in S4. Hi, Social Media. Wisst ihr, wovor ich Angst hab? Ja. Vor mir. Ich wollt eigentlich sagen, wenn ich noch ein Abonnenten habe, hab ich 88 Abonnenten. Heil! Heil. Schöning. Aber, ich... So. Das stimmt. Das stimmt. Ich weiß. Ah, ja, hier. Warte, ich hab auch noch was. Warte. Warte, wo sie sitzt. Wer wollen wir? Was? Ich hab nicht mehr S4. Also, jam. Ich hab natürlich auch S4. Ich hab S4. Ich heiße... Mutterficker... X, X, X... Guck mal, ich hab uns ein bisschen was besorgt. Guck mal in den Projekt. Geil. Das feier ich jetzt. Bitte schreibt alle, ich mache jetzt. Ungespielt... LOL. LOL. Ähm, hast du meinen Nanosaber benutzt oder so? Nein. Du hast einen Nanosaber? Nein. Ich hab einen Nanosaber. Also, ich geb One-Hit, wenn ich jemanden schlage. Darf ich eh was schlagen? Ich glaub, ich hab auch... Ich geb auch One-Hit. Achso, stimmt. Du hast auch einen Nanosaber. Warte, ich will jetzt auch. Oh, Diamond Big Angle. Ich will jetzt auch Nanos. Ich will jetzt auch Nanos. Oh, ich will jetzt auch Nanos... Nein. Ne, du hast. Was? Darf ich jetzt auch Werbung machen? Ja. Ja, und danach darfst du die Folge beenden. Okay. Also, diese Resident Analysis-Set ist das Beste, was es dir gegeben hat. Und jetzt ist kostenlos. Was denn? Was denn? Was denn? Was? Batman? Ja. Ah ja, ähm, mein Skin Iron Man? Nein. Okay. Werbung. Metal Gear ist toll. So. Also, ähm... Alter! Nimm ein Rest für mich raus. Zieh meine EP. Haha, ich find's herrlich. Ähm, so. Ja, Eduard. Was? Was? Womit wird eine Pumpe befeuert? Eine Pumpe wird befeuert? Ich hasse dich. Du weißt, dass ich es hasse, solange Hochbladen. Hä, wieso? Es sind doch nicht über 15 Minuten, du Freund. Doch. Es sind schon... Es sind schon 18 Minuten. Ja. Oh mein Gott. Wir müssen die Folge beenden. Okay. Nee, müsst ihr gar nicht. Ich nehm' ja nicht auf. Fick dich. Ja, mir auch egal. So, ich beenden jetzt die Folge, indem ich jetzt einfach im Alter gerade austrenne. Aber davon werden dich richtig drauf. Richtig drauf drauf. So, Jam. What the fuck? Cool. Jürgen Dieter. Jam, los. Holger Una Nase, Vielen Dank.